Hallo und herzlich willkommen zur ersten Adventsverlosung in diesem Jahr. Ich freue mich, dass du dich hier reingeklickt hast. Und heute zu gewinnen, wie du am Titel schon gelesen hast, gibt es ein Edelstein-Armband, Edelsteinperlen und zwar Jade Aquamarine. Ich blende hier vielleicht noch ein Foto ein, dass man das etwas größer sieht. Wenn du das gerne haben möchtest, dann schreibe unten einen Kommentar, like das Video und wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere mich gerne, um teilzunehmen. Und es läuft diesmal nicht so lange, das Gewinnspiel. Ich habe es ja sonst immer eine ganze Woche laufen lassen, aber ich habe mir überlegt, ich mache das dieses Jahr wirklich nur einen Tag, also quasi bis morgen Abend, also Montagabend. 18 Uhr ist Teilnahmeschluss, also wenn du bis dahin noch deinen Kommentar unten drunter schreibst, dann bist du noch im Lostapf und dann gibt es auch Montagabend dann schon die Auflösung, wer das Armband dann gewonnen hat, genau. Ja, dann wünsche ich allen, die da gerne teilnehmen möchten, ganz, ganz viel Glück und dann hören wir uns morgen schon wieder für die Auflösung. Also bis dahin, alles Liebe.